Unsere Softgear Press-Ons passen perfekt zu dir, wenn es bei dir oft einfach schnell gehen muss und du auf Flexibilität nicht verzichten möchtest. Ich bin Elisa, Mitgründerin von Doonails und die wenigsten von uns haben im Alltag die Zeit und Lust, sich für eine professionelle Maniküre mehrere Stunden hinzusetzen. Also bleiben die Nägel sehr oft farblos. Der letzte Feinschliff am Outfit fehlt also und man fühlt sich einfach nicht komplett. Also stell dir vor, dass du nie wieder ohne eine perfekte Maniküre aus dem Haus gehen musst. Egal ob ein spontanes Date ansteht, ein Meeting oder Treffen mit Freunden. Innerhalb nur 7 Minuten kannst du immer von keiner Maniküre zum Eyeketter wechseln. Das Design, die Form und Länge, auf die du gerade Lust hast. Und ja, wir haben wirklich die Zeit gestoppt. Es sind genau 7 Minuten und 35 Sekunden. Das alles machen unsere Soft-Gel-Press-Ons die einfachste und schnellste Manikürmethode für zu Hause möglich. Das System an sich ist mega, doch die Qualität, die man von herkömmlichen Press-Ons aus der Drogerie so kennt, passt einfach nie so zu unseren Ansprüchen. Was wir jetzt aber gemacht haben, ist das billige Plastikmaterial mit innovativem Soft-Gel-Material zu tauschen. Der Unterschied ist ganz klar. Die einen bestehen aus dünnem Plastik, die anderen aus ausgehärtetem Gel-Material. Die Vorteile von unserem Soft-Gel-Press-Ons sind, die Nägel fühlen sich super angenehm auf deinem Naturnagel an, sind mega stabil und das Wichtigste, sie haben nicht diesen klassischen Fake-Nagel-Look, sondern sehen wirklich aus wie aus dem Nagelstudio und glänzen mit einem natürlichen Look. Alles, was du machen musst, ist passende Größe wählen, den Nagel aufkleben und das war's schon. Für Kurzevents sind die enthaltenen Klebestickers perfekt und wenn's mal länger halten soll, unser Nagelkleber. Die Entfernung ist dann gleich simpel wie die Anwendung. Warmes Wasser, ein bisschen Öl rein, ein bisschen Seife und du hast deine Nägel in wenigen Minuten wieder schonend entfernt. Und das Beste daran, die Nägel kannst du durch das hochwertige Soft-Gel-Material dann beliebig oft wiederverwenden, solange du möchtest. Wähle aus einer Vielzahl von Designs, Formen und Längen, die zu jedem Anlass und jeder Stimmung passen und vor allem zu dir passen. In unter 10 Minuten hast du immer den perfekten Look. Das klingt nach dir, dann passen unsere Soft-Gel-Press-Ons einfach perfekt zu dir.